Du hast einen Knall. Das ist ja gefährlich. Wenn man als Frau nachts auf die Straße geht und dich trifft, muss man damit rechnen, dass du über einen herfällst, oder was? Ich zieh ja, wo ja dein Sohn das hat mit den Handtaschen. Oh Mann, darüber will ich ja nicht mehr mich auslassen, Heinz. Also du eröffnest immer neue Facetten, Heinz. Ich bin immer wieder erstaunt über dich. Heinzi, Heinzi, unser Heiligen See, wa? Ich habe eine Lücke da vorne. Ich muss sonst weiter das machen lassen, die Behandlung. Ach, Heinz, ich muss so oft an deine Geschichten denken, von der Haushofer, die alten Familie.